Platz 11 wird mich richtig freuen eigentlich. Kann man ein bisschen mit der Strategie ein bisschen besser fahren. So zweites Qualifying. Wir haben zurzeit noch trocken und es bleibt trocken. Jo, wir müssen raus. Da kommt nämlich relativ spät Regen, das heißt wir müssen jetzt eigentlich die Zeit früh setzen. Nochmal einen zweiten Versuch starten und dann schauen, dass wir normal durchziehen. Also dann in der Box bleiben und keine Intermediation mehr benutzen. Und jetzt ein Ketano vor uns. Warum ist der Ketano? Das ist Schummeln, was die machen. Die blockieren uns regelrecht. Über halbe Sekunde im ersten Sektor. 1,3 Sekunden im zweiten Sektor. Das ist keine gute Runde. 1,7. Okay, gerade immer mal 1,7. Fox. Flores. Larsen. Zurzeit auf Bestzeitkurs. Surikow. Oh, also die Runde war, der war gerade eben, glaube ich, ein Tick schneller, der Bäcker. Ja, wir haben ja nur noch einen Versuch. Wir sind ja fast schon draußen. Und, äh, ah, interessant. Das andere war sogar noch ein bisschen besser. Dann machen wir den Wagen doch ein Stückchen weicher. Am besten auf 44. Und dann geht's hier wieder nach vorne. Das nach hinten. So, und dann müssen mehr Luft rein. Sollte jetzt eigentlich hoffentlich passen. Wenn das jetzt immer noch nicht passt, okay. Dann müssen wir schauen. So, jetzt geht's mal zu. Ach, okay, wir haben ja schon eingestellt. Ich hoffe, du schaffst es, weil der Regen, das wird knapp. Das wird richtig knapp, ob der die Runde überhaupt im Brocken durchkriegt. Jetzt hatten wir ein Zwölfter. Wäre eigentlich gar nicht mal so übel. Oh, wir kommen genau bei einem Bohr raus. Ist natürlich nie gut, wenn man direkt bei einem anderen Fahrzeug rauskommt und der Regen kommt. Der Recker verbessert sich im ersten Sektor. Ist nur leicht, der Regen. Sollte sich eigentlich jetzt noch nicht so großartig auswirken. Und 1,7. Okay. Im letzten Sektor doch schon ausgewirkte Regen. Schade. Aber okay, Platz 12 im Qualifying ist eigentlich nicht verkehrt. Also da kann man kann ich mit leben. Was macht denn bitte McNeil hier schon? Also die schaffen mittlerweile auch ab und zu mit dem Sprung ins Q2, die McNeils und die Villans. Was McNeil für ein Team ist, weiß ich nicht. Villan ist ja sauber. So, die fahren natürlich jetzt ihre Reifen kaputt. Das finde ich immer super. Damit ist das Qualifying vorbei für uns sozusagen. Aber okay, wir haben natürlich frische Reifen. Können gucken, mit welchen Reifen wir starten können. Gar nicht übel. Also Ratmanovic würde ich gerne eigentlich auf Medium fahren lassen und dann mal gucken, welche Reifen der nachaufzieht. Und dadurch, dass Wecker auch auf neuen Reifen fahren kann und die Supersoft schonen kann, würde ich fast schon sagen, dass der auch zwei, nein, einen Stopp macht. Bei Ratmanovic wissen wir das noch nicht. Aber dann eher, zwei Stopp macht mit nur Supersoft, wenn es klappt. Und man weiß ja nie. Das war mal ziemlich knappes Qualifying. Aber okay, die ersten vier innerhalb von zehn, noch nicht mal ein Zehntel. Also, ja, ein Zehntel dementsprechend nicht noch nicht mal erreicht. Alles drunter. Zeitgleich. Boah, Hammer. So. Dann gibt es natürlich wieder Speichern, bevor es wieder irgendwie abschmiert, das Spiel. Speichern. Sicherheitshalber mal. Oh, es ist jetzt gleich gespeichert. Das ist super. So. Dann weiche Reifen mit Rentrim. Sehr weiche Reifen. Und hier haben wir Medium mit Rentrim. Okay, war schon mal eine bessere Einstellung jetzt. Die Reifen halten zehn Runden. Die halten eigentlich so lange wie Softreifen. 14 Runden. Also zwei Stopp Strategie mit nur Supersoft bei Becker. Gegebenenfalls gehen wir auch mal auf die Mediums oder auf die Softreifen. Oh weh, Mediums wären eigentlich besser. Er hat hier die 17 Runden. Also ein Stopp und zwei Stopp. Sonst ist halt die Strategie. Bin ich da mal gespannt. Und was wir rausholen können aus dem Rennen. Ich habe natürlich mit ihren angefahrenen Reifen. Okay, den Motor werden wir doch mal komplett aufdrehen. Becker mit keinem so guten Start. Kommt an einem Chirot vorbei, wird aber überholt von einem McNeil. Oh Gott, wir werden von McNeil überholt. Gitano. Das finde ich schon mal gut, dass Navarro weit zurückfällt. Och du McNeil, weg da. So, wir haben uns auf Platz neun vorgeschoben schon. Da kommt der Angriff von Becker. Ach komm, ein Chirot vorbei. Ne, scheinbar will er nicht. Okay, wir drehen die Reifen schon mal runter. Und Motor schon mal auf hoch. Damit wir halt zumindest noch ein bisschen Motorbau haben. Dann haben wir mal Platz neun. Ist natürlich nicht so gut. Aber Becker sollte, wenn es geht, sich mal eins Komma. Ratmanowitsch, was ist denn da los? Heute den schlechtesten Tag seines Lebens erwischt. Der geht gleich schon sogar noch unter null. Äh, unter eins. Nicht unter null. Nicht unter gar nicht. Regnen zur Zeit auch nicht. Also ist auch gut. Dann stellen wir die Reifen mal auf konservativ. Damit sie auch ein bisschen länger halten. Okay, wir hängen so ein bisschen gerade auf Platz neun fest. Aber okay, die anderen müssen natürlich noch in die Boxengasse. Und dann ist die Frage, welche Reifen sie aufziehen. 0,7. Jawohl. Geht noch tiefer. Komm, du schaffst 0,5. Ich glaube an dich, Ratmanowitsch. Jawohl, 0,6. Ja, Becker geht jetzt auch langsam runter. Das ist nicht so schön. Das gefällt mir an sich so überhaupt nicht, dass wir so schnell runtergehen. Okay, wir sind schon bei... Ein paar Prozent haben wir schon verloren. Hier müssen wir den Motor runterdrehen. Dafür wieder auf neutral. Wir sind siebter. Die ersten Leute sind in der Boxengasse. Levkov. Einer von denen. 0,4. Jawohl, er hat es geschafft. Er ist unter 0,5 Prozent. Ratmanowitsch. Ja, 0,3 gibt es hier. Also, der schafft es sogar. 0 noch. Larsen auf Medium. Sehr interessant. Moringi und Skardoni sogar noch eine Runde am Fahren. Die verlieren natürlich jetzt ein bisschen Zeit. Dann führen wir vielleicht mal kurz Zeit ein Rennen an. Das hat auch immer einen Langschmer gegeben, dass wir ein Rennen angeführt haben. Und damit führen wir das Rennen an. Jawohl. Aber von hinten kommt ein Rosini angeschossen. Also, Reifenabnutzung ist ungefähr wie eine McNeil. Kui hat sehr wenig Reifen verbraucht bisher. Muss ich zugeben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Hamilton. Der könnte auch auf Medium-Medium unterwegs sein. 0,1, also niedriger geht es doch fast gar nicht mehr, oder? Geht es noch niedriger? Gibt es 0,0 oder ist 0,1 das Schlechteste? Muss Reifen schon. Oh klar, dann machen wir das mal. Ja, leider auch. Dafür tun wir mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen erhöhen. 0,0, es gibt 0,0. Aber wenn jetzt Minus kommt, dann hat das Spiel irgendwie ein Problem. Also, eine Runde muss Becker noch fahren, damit er nochmal die Reifen aufziehen kann. Und die werden dann natürlich nicht so stark gepusht. So, ich hoffe, meine Boxenku ist bereit für den Stopp. Der funktioniert auch. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und wir führen auch schon lange das Rennen an. Das muss ich zugeben. Oh, jetzt kommt ein Undercut von McNeil. Das ist natürlich auch mal was. Das wir gegen McNeil fahren im Undercut. So, normal, neutral, mittel. Und der Stopp. Muss funktionieren, wenn es geht. Sauberer Stopp. Wir kommen auf Platz 9 raus. Vor Hamilton. Sehr wichtig sogar. Ähm. Das wird knapp mit Ratmanovic, ne? Das wird richtig knapp mit dem. Okay, wir sind in den Punkten, da Q in der Box gewesen ist. De Graf ist natürlich noch eine Gefahr. Da wäre schön, wenn Becker sich auch nochmal verbessern würde und nicht absteigen würde mit seinen Punkten. Das wird auch immer schlechter. Wie sieht es allgemein aus mit den Punkten? Alle, die vor uns fahren, haben bessere als wir. Äh, äh, lustig. Lefkopf schon wieder in der Boxengasse gewesen. Ist auch hinter uns direkt. Könnte ein interessantes Duell werden. In der Zeit sind wir nicht vierter, da sind wir fünfter. Also 17, 16 Runden müssen wir mindestens mal fahren, eigentlich. Ja, Ratmanovic, der muss so ein bisschen raushalten. Der Graf, der macht einen Stopp. Das ist die Frage, ob wir am Schluss an dem vorbeikommen sogar noch. Oh, jetzt sind wir wieder achter. Okay, gegen die können wir uns meistens wieso noch nicht wehren. Wir geben noch so drei Saisons und sind wir ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind nah bei den Panthers, das wundert mich auch extrem. So 16 Runden haben wir gefahren, nochmal Medium reparieren. Oh, das Getriebe, was ist mit dem Getriebe los? Ist zwar kritisch, aber das ist so kritisch, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, hier gibt es jetzt einen, und der, der Graf macht seinen Stopp. War zu erwarten, dass der jetzt seinen Zug macht. Wir greifen Panthar an, also. Ich weiß nicht, was los ist, aber okay, wir machen mal wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und Raff hier reifend schon. Wir sind es jetzt sogar siebter. Kriegen zumindest dann 300.000, ne? Ja. Also, Hemmelt macht gerade einen großen Fehler, der fährt sehr, sehr lange. Okay, Radnadovich ist zweitletzter, aber der fährt auch jetzt durch. Es gibt da Leute, die auf jeden Fall nochmal in die Box müssen, wie zum Beispiel jetzt Becker. Da würde ich gerne eigentlich aufdrehen. Und da kommt ein Gitanus. Der muss auf jeden Fall aber nochmal in die Box. Der wird nicht mehr durchhalten. Beide müssen nochmal in die Box. Das ist schon mal gut, dass wir vor den Gitanus sind. Auch wenn wir gerade nur einen Punkt aufholen. Aber okay, wir sind zumindest auch direkt hinter den Panthers. Also ist vielleicht auch noch was möglich, da auch Becker sich jetzt ein bisschen verbessert. So, da können wir normal fahren. Wir sparen mal ein bisschen Sprit. Wagen sich für Runden keiner fahren. Radnadovich wieder auf dem letzten zurückzufallen. Ganz toll macht er das. Ein erstklassiger Fahrer mit seinem Niveau. Den will ich natürlich immer in seinem Team haben mittlerweile. Also ich weiß nicht, was der falsch macht. Mir wäre natürlich der Graf ein bisschen lieber auf einer anderen Position. So, wir können sogar den Boxenstopp jetzt mal machen. 50% Frontflügel. Ist natürlich kritisch, aber sollte eigentlich halten. Hätte vielleicht auch ein bisschen früher machen sollen, dass er Gas geben darf. Und da dran. Ein sauberer Stopp. Wir kommen knapp hinter der Graf raus. Oh, das wird jetzt mal ein schönes Duell hier. Das wird echt mal ein sauberes Schnappiges. Genau, Schnappiges. Das neueste Wort. Spannendes Duell. Der ist natürlich, glaube ich, normal am Fahren. Wenn wir es natürlich... Oh, okay. Wir sind dann mit den Kitanos vorbei. An beiden Kitanos. Hinter uns ist natürlich Surikow. Navarro. Ja, Motorbus zurückgestellt. Wenn jetzt wird es ein Kampf auf der Strecke. Ein Panther kommt vor uns raus. Okay. Auch mit Supersoft. Also wir haben jetzt eigentlich die besseren Reifen. Normalerweise sollten wir vorbeikommen. Normalerweise. Also das heißt nix. Levkov nochmal in der Box. Der kommt auch vor uns raus. Oh, nur noch fünf Sekunden vor Mahadi. Das wird auch nochmal knapp hier. Zwischen dem. Wir kommen nicht an dem vorbei. Was ist da los? Gibt nochmal alles. Irgendwie an dem vorbeikommen. Knappes Duell hier. Jetzt außen rum. Jawohl. Das ist natürlich, wenn es geht, irgendwie so ein bisschen Sprit schon. Das könnte aber reichen jetzt. Wir kommen weg von dem. Das ist schon mal sehr gut. Wenn der... Der Graf natürlich vom Mahadi. Holen wir zwei Punkte auf. Dann hätten wir sie noch sechs Punkte Rückstand. Immerhin. Wir können auch schnell mal ein bisschen Sprit schon. Solange der ein bisschen weiter weg ist. Können wir das auf jeden Fall. Hier würde ich gerne den Motor aufdrehen. Machen wir es mal. Oh, das wird ein spannendes Duell hier. Jetzt sind hinter uns die. Wir haben da uns mittlerweile wieder ein paar Sekunden rausgearbeitet. Ach komm schon, der Graf. Jetzt drücke ich dir über dir die Daumen, dass du es schaffst, vor dem zu bleiben. Wir geben sie den Gas. Ein bisschen aggressiver fahren sie. Wir können es auf jeden Fall auf Platz 7 gerade halten. Das ist kein Problem. Wir fahren immer weiter weg von denen. Ja. Okay, wir... Ja, wir können weiter... Wir machen mal konservativ. Dafür wieder ein bisschen hoch. So, du kannst wieder auf der Wand neutral fahren, damit alles wieder normal ist. Platz 17, mehr ist nicht drin. Okay, bei null Form. Also er hat wirklich seinen schlechtesten Tag der Karriere. Der Graf, das machst du sehr schön. Wie fährt denn Mahagi? Neutral. Wir sind noch nicht in der letzten Runde. Blaue Flagge. Hier, Radmanowitsch. Okay, das ist auf jeden Fall aber... Solange es keinen Auswahl gibt, ein sicherer Platz für... Oh, jetzt wird hier ein knapper Kampf. Reifen von Mahadi kaputt. Aber auch von der Graf nicht mehr ganz so gut. Wir konnten es gut wegziehen. Also dieses Rennen war, muss ich sehr, sehr zugeben, sehr erfreulich. Ja, okay. Da hat jemand aufgegeben. Und zwar Mahadi hat aufgegeben, die Graf zu bekommen. Und damit holen wir Platz 7. Wichtige zwei Punkte im Kampf um Platz 4 in der Rangliste. Also da ist noch nichts zu Ende. Wenn es so weiter geht, dass wir immer so zwei Punkte holen, dann sind wir in drei Rennen dran. Nur Punkt gleich. Okay, Radmanowitsch, der könnte natürlich auch mal einen Punkt holen. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber okay. World Motorsport Championship. Ja, vielleicht... Ich hoffe natürlich jetzt, dass... Der Graf keine illegalen Sachen hat, damit die nur noch einen Punkt kriegen. Wenn natürlich ein Panther jetzt irgendwas kriegen würde... Würden wir auch direkt unsere Punktzahl ein bisschen erhöhen. Das wäre natürlich auch nicht übel. Okay, wäre ein Punkt, ne. Also... Wenn der obere Panther genau zwischen uns und den Graf kommt, dann wäre es natürlich noch besser. Aber nein, wir bleiben auf Platz 7. Kriegen immerhin unsere 300.000. Er ist damit zumindest vorbei. Dadurch, dass aber... Radmanowitsch noch keine Punkte hat. Sind wir noch sechs Punkte dahinter. Ja, das wird... Definitiv ein spannendes Ende bis zum Ende der Saison. Müssen wir mal schauen, ob wir es noch schaffen, die sechs Punkte aufzuholen. Wir haben noch insgesamt... Ein paar Rennen haben wir auf jeden Fall noch. Uh, wichtiger vierter Platz hier. Der rettet gerade unseren Job. Definitiv. Wow, 0,4. Also... Ein besseres Rennen gibt es einfach nicht, was Radmanowitsch hier noch liefern kann. Also wenn der... Der muss sich langsam... Okay, der hat ja seinen kommigen Glauben da, ne. Den er hat. Müssen wir mal gucken, wann der endet. So, 3,7 Millionen. Also eine Bremse bauen wir noch und dann geht es ans Getriebe ran. Für ein nächstes Rennen. Das ist unser Heimrennen des Teams mal wieder. Warum auch nicht? Also... Ich habe nichts dagegen. Wenn natürlich da noch... Dass wir da noch umso besser wären, das wäre natürlich noch besser. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann beim Heimrennen des Teams dabei seid. Dann bis dahin. Ciao.